Servus Jahn-Fans, mein Name ist Konrad Faber, auch Conny genannt. Ich bin 23 Jahre alt, spiele Rechtsverteidiger oder Rechtes Mittelfeld, komme vom SC Freiburg 2 hier nach Regensburg und freue mich auf die gemeinsame Zeit und auf die Herausforderung. Regensburg gibt jungen Spielern oft die Möglichkeit sich in der 2. Bundesliga zu zeigen und auch zu etablieren und für mich ist es fußballerisch ein optimaler Schritt und eine Herausforderung, die ich gerne angehen würde.